Heute in einer Boeing-lastigen Sendung. Einmal, Boeing will mehr Regierungsnähe haben und zieht sogar um. Ein Großkunde der Boeing hat gesagt, sie haben ihren Weg verloren oder wie es auf Englisch heißt, lost its way. Iberia gibt Geschenkkarten aus mit 15% bis zu 15% und damit kann man natürlich auf den Flügen sparen. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Auf dem Weg für die 2000 Subscriber brauchen wir natürlich eure Subscribe-Aktion. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, bringt uns ein Like und vor allem kommentiert unten. Ich finde das immer wieder spannend zu sehen, was ihr für Gedanken habt und wie ihr auch zu gewissen Themen steht. Ich denke, dass wir durch diesen Austausch gerade uns gegenseitig anregen und auch vielleicht bessere Lösungen finden als so mancher CEO. CEO ist das Thema British Airways. Mutter rechnet mit einem Gewinn, der operativ sein soll. Luis Gallego sagte, dass die Nachfrage sich stark erholt und so hat er es auch eigentlich erwartet. Die Quartalsbilanz am Freitag sagt, dass man weiter den Absatz von Premium-Tickets an Privatkunden steigert. Zugleich gibt es bei dem Geschäftsreiseverkehr das höchste Niveau seit Corona-Pandemie. Ich persönlich denke mal, wenn das Niveau niedrig ist und dann etwas steigt, dann ist das natürlich positiv. Aber es ist halt langsamer der Anstieg, wie man das erwartet hat. Ab dem zweiten Quartal, auch für das Gesamtjahr, rechnet man bei IRG, nur damit ihr es nochmal gehört habt. Iberia zum Beispiel, aber auch British Airways und so weiter gehören dazu mit schwarzen Zahlen. Und Lufthansa hatte das ja auch angekündigt, dass man auf einen positiven Jahresgewinn hinarbeitet. Aber man hat bei der Lufthansa eher so ein bisschen Zweifel und sagt nicht wirklich, wo man landet, weil man es nicht weiß. Ein Thema, was natürlich bei EIG, EIJ, EIJ, das sind richtig komplizierte Wörter. Wird Zeit, dass ich das ja nun mal auf Englisch mache, oder? Also auf jeden Fall, EIG hat natürlich genau das gleiche Problem wie die Lufthansa, dass man die Chorosinpreise nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflussen kann. Der Umsatz ist auf 3,4 Milliarden hochgegangen Euro und ist dreieinhalbmal so hoch wie im ersten Winter, wo wir Corona hatten. Also letztes Jahr. Der Verlust ging auf knapp ein Drittel um 731 Millionen Euro zurück. Also hat man einen Nettoverlust, der geschrumpft ist auf 27 Prozent und das sind 787 Millionen Euro. Das Ergebnis ist natürlich etwas schlechter als erwartet und damit ist die Aktie natürlich logischerweise auch etwas runtergegangen. Was wollte ich noch sagen? Eigentlich gar nichts mehr, oder? Was soll man mir sagen zu British Airways? Wir wünschen Ihnen viel Glück und vor allem eine schwarze Zahl. Avolon. Avolon ist eine Firma, die ich nicht kannte bis zu dem Thema in Russland, dass sie Flugzeuge verließen. Eine irische Firma, die halt die Flugzeuge zurückverlangt hat, aber auch jetzt festgestellt hat, wir kriegen die nicht zurück. Man hat gesagt, man hat irgendwie 100 irgendetwas Millionen, Millionen müssen es sein. Also auf jeden Fall, sie haben Verlust gemacht mit der Geschichte und sind da halt ein gebranntes Kind. Aber sie haben sich nicht so in den russischen Markt investiert, wie es andere getan haben. Sie sind ein großer Kunde bei Boeing. Ganz genau warum? Weil sie die Flugzeuge kaufen und dann weiter an Fluggesellschaften geben, wie zum Beispiel an die Aeroflot oder halt andere Fluggesellschaften, die das dann leasen. Sie haben jetzt etwas gesagt, was einen etwas verwundert. Und zwar, Boeing had lost its way and it might need a new leadership to fix a flawed culture. Also das heißt, die sind jetzt wirklich darauf eingestiegen, Boeing zu kritisieren, haben zu Boeing gesagt, dass sie ihren Weg verloren haben, dass sie ihren Kompass verloren haben, dass sie gar nicht mehr wissen, wo sie hin sollen und dass das eigentlich ein Problem ist, was am Kopf beginnt. Das heißt also bei der Führungsmannschaft, das heißt der Geschäftsführer und so weiter. Der CEO, Domnell Sletterly, ich finde das geil, die irischen Namen, hat halt bei Boeing zum Beispiel über 107 Max während der Covid-Pandemie einfach storniert. Und er sagt halt wirklich, dass es ihm, also ihm fällt nichts anderes ein, als das zu sagen, dass sie ihren Weg verloren haben. Und man sieht das einfach da, dass bei diesem Meeting von den weltweiten Flugzeug-Leasing-Firmen Boeing halt wirklich eine Strategie ausarbeiten muss, um die Relevanz im Marktplatz zu behalten. Und man braucht eine frische Vision, man braucht eine frische Führungskraft. Und das ist das Einzige, wie man die Probleme löst, weil Boeing hat halt wirklich viele Probleme. Die 737 ist eine Baustelle, die 787 ist eine Baustelle, die 777 ist eine Baustelle. Es gibt also im Prinzip keine Fluggesellschaft, die keine Baustelle wäre. Und die Boeing-Aktien sind auch in den letzten anderthalb Jahren ungefähr so, ja, die sind halt gefallen. Und auf ein Jahrestief, nachdem man 2,7 Billionen US-Dollar an Verlust geschrieben hat. Und man hat auch Zweifel daran, dass die 737 Max diese Lieferziele gehalten werden können. Und die 777X, die ist halt erstens 2025. Und das ist halt einfach so. Und er sagt halt wirklich, dass der Cashburn, also die Rate, ein Geld, die verbrannt wird, auf einer unvergleichlichen Höhe ist. Und sie werden wahrscheinlich auch bei den Finanzfirmen, das heißt also die Leute, die Boeing-Kredite geben, ihr Rating werden sie runterkriegen. Und es ist halt einfach schade, weil Boeing hat eine sehr große Geschichte und sie haben auch sehr gute Flugzeuge hergestellt. Und man sagt einfach, dass diese Kultur, die da jetzt eingekehrt ist, und da ist ein Zeichen auch, dass man damals, und da gehe ich nachher nochmal weiter drauf ein, von Seattle das Hauptquartier nach Chicago gezogen hat. Und da merkt man halt einfach wirklich, dass der größte Exporteur in Amerika die Realität verloren hat. Also das heißt, dass das Management keinen Kontakt mehr hat zu seiner eigenen Produktion. Und wenn man halt sieht, Airbus möchte auf 75 Flugzeuge pro Monat kommen bei der A320er-Serie in 2025. Und Boeing hat immer noch keinen Plan, wie sie die 737 MAX zertifizieren. Sie haben halt im Hinterkopf auch die Klinge oder im Nacken die Klinge. Und zwar die Klinge, das Ende des Jahres, dass man da halt das System grob ändern muss im Flugzeug. Und das heißt, dass das Flugzeug gar nicht mehr zugelassen werden kann und dass das Wiederverzögerungen gibt. Und man hat halt bei den Leasing-Förmern Angst, dass der Markt wirklich mehr von Boeing zu Airbus dreht. Was ist da eure Meinung dazu? Und was sagt ihr dazu? Sagt ihr, ja, also die haben halt ein Problem und das Problem ist hausgemacht. Oder ist das ein anderes Problem? Und ja, man kann, nur ein Beispiel, also wenn man einfach Emirates sich anguckt, der sagt, die haben halt ihren, bekommen deinen Scheiß zusammen. Get its act together. Und das ist halt so. Und man hat ja auch Flugzeuge storniert. Wenn das Militär nicht da wäre, dann wäre Boeing in einer ganz anderen Lage. Das heißt also, wenn der Senat und der Staat sie nicht mit Aufträgen aus dem Militär über Wasser halten würden, wird bei Airbus auch gemacht. Also es ist jetzt nicht wirklich so, dass das was Schlimmes ist. Aber da eure Meinung kommentiert unten. Airbus. Airbus, habe ich ja gestern gesagt, dass Airbus die Flugzeuge auf 75 A320 pro Monat, also die Ausflussrate erhöhen möchte. Habe ich eben in dem Beitrag davor ja auch gesagt. Aber die A321XLR, Extended Long Range, hat mit dem Center Rear Tank, also mit dem Mittel Hintertank, ein Riesenproblem. Und da sind anscheinend, ich sage jetzt mal Freunde von Boeing, keine Freunde gewesen. Die haben da gesagt, Problem. Aber lasst uns das Ganze mal besprechen. Und ihr habt ja auch die Frage zurecht gestellt. Gestern hatte ich mehrere Leute, die mich angespringen haben. Ja, was ist das Problem genau? Erklär es uns doch. Mach ich gerne. Und das Flugzeug hat ja wirklich gerade die ersten Triebwerke erhalten, hat auch die Lackierung. Und man sieht ja auch auf dem Flugzeug selber, dass man sich da auf die Strecke bezieht, dass man halt wirklich lange damit fliegen kann. Und man hat da jetzt das Problem, dass man auf die Bremse treten möchte. Man wollte das Flugzeug ja Ende 2023 in Dienst stellen. Jetzt soll es so ein bisschen verschoben werden auf 2024. Warum? Ganz einfach, um die Zertifizierung auch zu schaffen. Ist nichts Ungewöhnliches. Der Zeitraum ist auch noch akzeptabel. Also insofern ist es das Thema. Aber schauen wir uns doch einfach mal an, worum es da geht. Was ist das Problem? Und der Problem ist der Brandschutz am Tank. Und man sagt halt einfach, dass dieser Rear-Center-Tank den Brandschutz vergrößern muss. Dieser große Tank hinter dem Fahrwerksschacht positioniert. Und damit halt auch einen Teil des Frachtraums wegnimmt. Man hat halt wirklich diesen Cargo-Bereich da reingebaut. Es gibt ja auch schon Jets damit, mit diesem Rear-Center-Tank. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das eine neue Technologie ist. Und man braucht ihn halt auch, um diese 8700 Kilometer Reichweite zu bekommen. Man braucht diesen extra Sprit. Und man hatte sich 2021 bei der ESA ja schon thematisch mit diesen Tanks auseinandergesetzt. Und hat gesagt, dass das halt ein integrierter Rumpftank, der einem Feuer von außen ausgesetzt ist, kann und wenn er nicht ausreichend geschützt ist, den Passagieren nicht genug Zeit gibt, das Flugzeug sicher zu verlassen. Also es ist für uns als Passagiere natürlich elementar, dass wir das Flugzeug im Fall eines Falles, und es ist ja Gott sei Dank lange nichts passiert, da auch sicher rauskommen. Aber der Brandschutz ist halt einfach vor, ist halt unter dem Sitzen direkt ein Riesenproblem. Deshalb muss halt der Rumpf im hinteren Teil widerstandsfähig gegen Feuer gemacht werden. Zum Beispiel, wenn das Fahrwerk kollabiert, all solche Sachen, was halt passieren kann. Und nochmal, ich sage ja nicht, dass das jeden Tag dreimal passiert, aber wenn es passiert, dass man einen Schutz hat. Und Boeing kommentierte damals ja auch das Dokument, und deshalb sagte ich ja, dass man bei Boeing keine Freunde hat, dass auch ein externes Feuer dazu führen könnte, dass sich das Innere des Tanks erhitzt, und vor allem auch das Gas, und damit dann halt explodiert. Das Schlimme ist ja nicht das Kerosin, sondern das Gas. Und man sagte halt auch bei Boeing, dass die Position des Tanks auch andere Risiken birgt. Zum Beispiel, wenn der Jet von der Piste abkommt, das Fahrwerk somit kollabiert. EASA hat natürlich dazu gestimmt, ist ja klar, weil das natürlich auch das ist, was passieren kann. Aber die Aussage der EASA ist halt einfach, es ist ein laufendes Projekt. Die Zertifizierung und die vollständigen Bedingungen für die Installation des Rearcenter-Tanks werden derzeit halt noch festgelegt. Und wenn das abgeschlossen ist, gibt es da auch wieder mehr Informationen zu. Und jetzt muss man halt einfach gucken, ob man da jetzt zum Beispiel unter dem Tank feuerfestes Material oder Metall, feuerfesteres Metall einbaut. Und nicht nur Verbundwerkstoffe. Das Problem ist halt, dass das nicht nur zur Verzögerung führt von sechs bis zwölf Monaten, bis das fertig ist. Es ist auch so, dass das der Reichweite abträglich ist. Warum nimmt man denn Verbundwerkstoffe? Weil es leichter ist. Und so ist das halt das Problem, dass man jetzt prüft, was da passiert und inwieweit das Startgewicht, wenn es von 100 auf 101,7 Tonnen erhöht werden muss, dass man da einen Einfluss hat. Aber Airbus sagt, es hätte keinen Einfluss. Zumindest nicht signifikant. Schauen wir einfach mal, wie die 8700 Kilometer damit erreicht werden. Was ist eure Meinung dazu? Wie seht ihr das? Ich hoffe, ich habe es euch gut erklärt, was der Rearcenter-Tank für ein Problem oder eine Herausforderung sein kann. Ein Thema, was uns mehr Spaß macht an dieser Stelle, und da gehe ich wieder auf den anderen Monitor, ist einfach so, Meilenpunkte, Status, Fliegen, Iberia. Und wir wollen ja auch die IAG unterstützen, dass sie eine schwarze Null schaffen. Sie wollen uns ein Incentive geben. Deshalb gibt es ja auch immer jährlich einen Verkauf von sogenannten Gutscheinkarten. Die Gutscheinkarten gibt es in verschiedenen Stückelungen. Und die Stückelungen sind bei der Karte, wenn man sich die alle anschaut, 50 Dollar, 100 Dollar, 300 Dollar, 500 Dollar. Und bei 500 Dollar gibt es halt 15% Rabatt. Und das ist doch schön für Mother's Day. Die Aktion läuft ganz einfach bis zum 10. Mai. Bis dahin müsst ihr kaufen. Haben also noch ein paar Tage Zeit. Und spannend ist an dieser Stelle, der Gutschein selber gilt bis zum 5. Juni 2023. 2023 ist gültig für einen Direktflug oder jeden Verbindungsflug mit Iberia, wo eine Route mit Iberia, Iberia Express oder Iberia Regional, eher Nostrum gemacht wird. Klingt ja soweit schon mal ganz gut. Das letzte Reisedatum mit dem Ticket wäre der 5. Juni 2023. Man kann diesen Gutschein, wenn man den für 500 Dollar kauft, also das ist US-Dollar, dann kann man den so oft benutzen, bis er halt aufgebraucht wird. Also das heißt, es wird dann immer abgezogen, nur damit ihr es wisst. Man kann so 15% bezahlen. Spannend an der Geschichte finde ich einfach, wenn man sich mehrere kauft, ist das ja auch okay. Und so kann man halt seine Preise senken. Gibt ja auch bei Promotions, könnt ihr den ja auch nutzen. Aber, auch hier wieder der Hinweis, kauft solche Gutscheinkarten bitte nur, wenn ihr einen Use-Case habt. Ihr seht ja selber, dass das Ding in 2023 im Juni ausläuft. Das klingt viel, das klingt lang, aber wir müssen eine Sache immer im Hinterkopf behalten. Manchmal kommt die Zeit schneller, als wir denken. Also insofern, kauft es wirklich nur, wenn ihr einen Use-Case habt oder einen Flug habt. Schreibt unten, ob ihr sagt, das ist eine coole Idee mit dem Gutschein. Habe ich gemacht, ich habe auch etwas gebucht. Lasst uns wissen, was ihr gebucht habt. Ich finde das spannend zu hören, wo Leute hinfliegen. Vielleicht macht ihr mich ja neidisch. Ich selber sollte ja eigentlich schon im Flieger heute nach Singapur sitzen, aber ich habe irgendwie andere Themen gehabt, die ich da machen musste. Danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveller TV. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig, ein Like da zu lassen. Aber kommentiert und Like und Glocke und Abonnieren. Also, bis morgen wieder bei Frequent Traveller TV. Ciao.